Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn, mitten in der Wüste mit sechs Bewohnerinnen und einem Bewohner. Nein, fünf Bewohnerinnen und ein Bewohner. So, noch nicht. Wir haben aber ein Notsignal. Vielleicht haben wir ja Glück. Es kommt noch jemand dazu. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Wollte ich gerade mal checken. Ja, haben wir genügend. Notsignal. Ridor. Go, go, go. So, ich wollte mal darauf achten, wie die Sonne wandert. Ah. Okay, der Schatten wandert in die Richtung. Das heißt, die Sonne geht hier rüber. Das heißt, das müsste Osten sein, Süden. Das heißt, hier hinten ist Norden. Das heißt, hier geht die Sonne auf hinter den Bergen. Dann würde ich wahrscheinlich die Stromversorgung hinters Haus setzen. Dass wir hier so einen Bereich mitnehmen. Weil eigentlich müsste... Wir können mal gucken, wo die Sonne untergeht. Ja, aber es sieht so aus. Naja. Am 13 Uhr. Der Schatten geht bis hier. Müsste passen. Ich meine, es ist unwichtig für das Spiel. Das ist ganz klar. Es ist nicht wirklich wichtig, ob die... wo die Sonne aufgeht für die Solarpanel, aber... Hä? Was ist mit denen? Haben die die noch nicht? Hä? Schlachten. Da waren noch welche dazwischen, die ich nicht habe schlachten lassen. Okay. Der Knochenbrecher wurde entdeckt. Genau. Sehr gut. Dann gab es noch den Knochen... Was? Pflücker hieß der? Ja. Und der heißt, glaube ich... Im Englischen heißt der... Bone Picker. Ja, unser... Von außen, habe ich gerade gesagt, sieht das Ganze aus wie so eine Ami-Kaserne. Wie so ein... Oder wahrscheinlich auch eine... Bei der Bundeswehr in so eine Baracke oder sowas, kann ich mir vorstellen. So. Wo geht die Sonne unter? Weiß man nicht. Wir gucken mal, wo die Sonne aufgeht jetzt am nächsten Tag. So. Türen habe ich eingebaut an die Enden. Genau. Das ist neu. Ich komme zu spät. Ein unkenntlicher, kohlter Körper liegt verdreht auf dem Boden. Sie haben den Absturz nicht überlebt. Sie? Ein? Sie? Okay. Ich schaffe es nicht, alles auf einmal zu plünern, aber ich werde die Stelle markieren. Begrab die arme Seele und mach dich an die Berge. Ich finde, die Treppen sind so ein bisschen weit raus. Sie hätten mal drehen können, aber dann hupsen die mal wieder hoch und runter. Ich lasse es jetzt einfach so. Ja gut, also ich glaube, wenn ich mich erweitere, dann in die Richtung. Deswegen könnten wir hier schon mal einen Anbau beginnen für Bücher. Na, wo die Felder sind, hier drüben. Dann lieber der Werkstattbereich hier drüben. Mal gucken. Und wir müssen noch ein bisschen Stein horten. 325 haben wir. Also es wäre doch noch gut, wenn wir noch ein bisschen was abbauen. Die im Wasser sind noch offen. Die setze ich noch mal zum Abbauen frei. Dass wir auch vor Ort haben, wenn jetzt wirklich noch Leute hinzukommen sollten. Bis jetzt läuft es ja sehr, sehr gut. So, in Regalen habe ich soweit noch Platz. Hier hinten wollte ich noch Lager draus machen, siehst du? So. Keine Forschung in der Warteschlange. Das ist ein Argument. Ich würde sagen, dass wir direkt auf Gefrierschenke wieder gehen. Aber erst machen wir mal Antibiotika. Ich überlege jetzt gerade. Das macht einen Tag, aber die Werbepumpen werden schon gut. Allein wie in der Klimatisierung. Das machen wir erst mal so. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Und dann mache ich Gefriertruhe. Und dann gucken wir weiter. Und dann vielleicht Rüstung. Ich meine, wir haben jetzt drei Rüstungen für sechs Bewohner. Er hat eine Rüstung. Ja, drei Rüstungen haben wir, ja. Aber da ich jetzt an der Produktionszüge eingestellt habe, dass sie hier Synthetik machen sollen, wäre das schon nicht schlecht. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Synthetik, oder? Naja, 71. Nicht sonderlich viel. So, Sprit haben wir noch genügend, oder? Dass wir noch eine Expedition machen. Jo, eine geht noch. Raumschiff-Trümmer, Raumschiff-Trümmer. Ich glaube, ich mache mal eine normale Erkundung. Das dauert nämlich nur drei Stunden. Und da habe ich auch selten, also bei der letzten Staffel habe ich das kaum gemacht und immer nur diese Hauptmissionen gemacht. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Was? Insekten-Geschichte? Wahrscheinlich hier die Fette und so weiter. Ja, für die Öle, fürs Kochen definitiv. Silizium haben wir entdeckt. Sehr gut. Ach, genau. Ja, zwischen den Folgen gab es ein Asteroidenregen. Da ist was eingeschlagen. Hier sind zwei Sachen eingeschlagen. Genau, Eisen wollte ich machen. Siehste? Erkundung abgeschlossen. Ich habe einige Zeit gesucht, aber nichts gefunden. Enttäuschend. Belastend. Gut, dann nicht. So, wir werden hier einen großen Innenhof haben. Ich würde sagen, wir machen schon mal Schmelzen hier in den Innenhof. Weil wir haben ja später Platz. Das heißt, wir setzen die ans Haus hier ran. Wobei, die müssen immer... Na geil. Okay. Okay, wir warten mal. Warten wir. Ah, sie ist da. Super. Wir lassen sie noch essen und dann greifen wir an. Oh, die kommen aber nah. Oh, die kommen aber nah. So. Okay. Stern R. Slow, melo. Aufstehen. Lieber ein bisschen mehr Abstand. Ja, okay. Dass wir die hier einzeln rausfischen. Wir könnten ja... Ne, Quatsch. Lassen wir so. Schuss. Er ist zu dunkel. Sehe ich gerade. Okay, zum Glück geht die Sonne auf. Das ist natürlich glücklich. Ja, das ist gut. Stückchen für Stückchen da ran. Können ja mal... Wir können ja mal kommen. Ich habe noch überhaupt kein Action-Build, sozusagen. Ran an den Speck hier. So. Naja, das ist recht unspektakulär. Okay. Okay. Da ist ein Käfer explodiert. Okay. Da kommt noch ein Käfer, ne? Jo. Und noch zwei dicke. Okay. Na gut, also... Ich sage mal... Sora ist natürlich mit ihrem Gewehr auch extrem schnell dabei, ne? Normalerweise sind diese Sniper-Gewehre ja wirklich extrem langsam. Was die Angriffsgeschwindigkeit angeht. Und sie macht das natürlich... Ich glaube, doppelt so schnell ist es oder sowas. Ja. So, dann würde ich sagen, sind wir schon... Batterien haben wir erforscht, ne? Oder? Ich meine ja. Dann sollten wir langsam mal Batterien aufbauen. Mussten wir dazu ein... Was brauchen wir denn dazu? Elektronik und Eisen. Ne, wir müssen erst Eisen schmelzen. Das hatte ich ja gerade vor. Ähm... Produktion... Dürfen... So. Obwohl, warte mal. Jetzt am Anfang ist es natürlich blöd, wenn wir die so weit wegstellen von dem Lager. Ne. Ich baue die nicht hier vorne auf. Es macht keinen Sinn im Moment. Um das erste Eisen zu produzieren, hätten sie zu lange Wege. Mache ich hier hinten hin. Wir brauchen erst mal das Eisen für die ganze Elektronik, die wir bauen. So. Metallschrott. Äh... Wie viel brauchen sie? Zehn, oder? Ja, machen wir mal... Pfff, keine Ahnung. 70, 80? Ja. So, das ist separat. So, wie viel brauchen wir denn für eine Batterie? Eine Batterie sind 20. Gut. Wir können ja eine schon mal bauen. Aber die verbindet sich, ne? Wir brauchen, glaube ich, einen Strommast. Das ist aber auch so normalen Eisen. Dann nehmen wir die normalen. Und den können wir schon mal, wenn wir hier den Strom aufbauen. Hier ist die Mitte. Derzeit noch. Brauchen wir das Ding hier zentral hin. Und die erste Batterie. Ja. Ne, wir warten erst mal, bis der Strom ausgebaut ist. So, jetzt. Ah ja. Wird auch damit verbunden. Ich überlege gerade, ich glaube, wir bauen die so auf, oder? Oder bauen wir sie hier so längs? Ne, wir können sie quer an die Wand bauen. So viel brauchen wir da auch nicht. Wir müssen ja auf beiden Seiten reparierbar sein. Ne, wir setzen sie an die Wand. Das passt schon. Na, guck mal. Das ist schon die zweite Fuche Eisenfertig. So, hat schon wieder Risiko eines Sammbruchs. Was ist mit ihr? Was ist, was missfällt ihr denn? Lass uns das doch mal angucken. Das ist schon das zweite Mal. Keine intakten Klamotten. Ah, der Tee ist schmerzlindernd. Okay. Unzureichende Essensvielfalt und unentspannt. Gut, das mit... Was war das? Die Geräusche abends sind wirklich gruselig. Gut, wir machen halt auch nur Gemüsesuppe, ne? Haben wir einen Brei? Haben wir schon von diesem Hirsezeug? Ja, haben wir genügend. Äh, machen wir hier auch nochmal zwei von. Ich weiß nicht, ob das als Abwechslung gilt, wenn es in der gleichen Kategorie passiert. Ansonsten könnten wir noch... Ah, aus der Agave und dem... Aus dem Korn machen wir Veggie-Pizza. Aha. Und da hätten wir auch. So, dann haben wir doch da ein bisschen mehr Abwechslung. Dann ziehen wir aber hier noch einen ab. So, ne? Müsste so passen, ja. Gut. Ähm, ist der Blitzableiter automatisch verbunden? Ist er das? Ne, der wird nur mit dem Strommast verbunden. Vielleicht stelle ich ihn hier auf die andere Seite, das macht irgendwie keinen Sinn, ne? Dann setze ich einen Strommast hier drüben noch hin, oder? Dann haben wir in dem vorderen Bereich auch Licht. Gerade für die Kämpfe ist das wichtig, ne? Dass wir abends was sehen. Ja, das machen wir auch. Ja, perfekt. Status aus. Hm. Ist das jetzt mit dem Haus verbunden, oder nicht? Ich sag mal, nee, oder? Warte, wir müssen das sehen, wenn wir den versetzen. Ah ja, das Ding bleibt. Warte mal, wenn ich den jetzt hier versetze... Ja, die Verbindung bleibt, oder? Warte mal, hier ist es eindeutig. Hier geht das Kabel ans Haus ran, aber hier nicht. Oder? Warte mal, wir versetzen es mal. Ich gucke mir das mal an. Ja, nicht müssen wir den noch um eins ranschieben. Ja, das ist nicht verbunden. Hä, wieso ist der Mast nicht verbunden, wenn er da rangeht? Das verstehe ich nicht. Eigentlich müsste der sich verbinden. Der Strom wurde doch beim letzten Mal doch auch durchs Gebäude geführt, oder nicht? Ah, sieht zwar scheiße aus, aber er ist verbunden. Okay, alles klar. Das ist ja blöd. Warum verbindet... Egal, wir fragen nicht nach. Okay, egal. Wir haben es verbunden. Vielleicht werden wir den noch an. Einfach mal, ich verschiebe den noch mal um eins weiter nach rechts. Vielleicht verbindet er sich dann straight. Ein. Das ist ja doof. Na, egal. So, dann machen wir hier draußen... Ähm... Wir haben Batterien. Wir brauchen... Irgendwas, was Strom erzeugt. Ähm... Ich sag mal, Windräder eventuell kosten uns 25. Was kostet es denn? Solarzelle. Ah, okay. Ja, wir machen, glaube ich, diesmal erst mal Windräder. So, wir müssen die auf jeden Fall so bauen. Also auch die Solarpanel dann. Dass sie... Ähm... Dass die überall ran können. Also wir haben letztes Mal so ein 3x3 gemacht. Dann kamen die nicht in die Mitte. Das war doof. Okay, das geht. Das geht bis hier, wenn ich es da rüber ziehe. Noch eins, das geht jetzt nicht. Okay, also die... Das ist nicht wirklich die Länge, sondern der Blockabstand. Hm. Warum ist es hier hin? Da könnten wir noch eine Batterie hinbauen. Also machen wir hier den ersten hin, oder? Und machen dann die Solarpanel mit einem Abstand in die andere Reihe. So. Jo. Und davon zwei Stück. Schauen wir mal. Achso, das Ding können wir wieder versetzen. So, dann finde ich, sollten wir hier draußen ein Licht hinsetzen. Äh... Licht. Flutlicht ist irgendwie geprahlt, aber... Ich denke, wenn wir hier halt angegriffen werden, wäre das gar nicht mal so übel. Dass wir die vielleicht hier so aufbauen, dass wenn uns die Viecher angreifen, dass wir hier die Möglichkeit haben, ähm... Da zu kämpfen. Wie viel braucht denn eigentlich so ein Licht? Ein Strom? Ne. Vier Strom. Naja, das geht auch. Das passt schon. So, wie ist denn das Rädchen? Oh, 28. Geil. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, ohne dass wir irgendwie einen großartigen Sturm haben, besser als in dem... beim letzten Mal. So, das bedeutet, wenn die hier so ein bisschen vorgeladen sind, können wir hier Lichter in das Gebäude setzen. Damit die hier was sehen. Ähm... Tja... So, bin ich da? So. Richtig? Jo. Richtig. Und dann hier in den Gang vielleicht noch so zwei oder so. Ähm... Hier in den Eingangsbereich machen wir mal einen rein. So. Nice. So. Ähm... Haben wir noch Material für... Ach, schade. Wir haben nur noch eine Elektronik. Okay. Das war's dann erstmal. Gut. Ähm... Dann hätte ich gerne ein bisschen Eisen schmeißen. Moment, da ist noch irgendwas nicht erforscht. Machen wir das so. Erforschen wir das erstmal. Stöckchen... Haben wir auch nicht mehr allzu viele. Nee. Hm, genau. Wir sollten noch Wracks abbauen. Was haben wir denn noch in der Nähe? Das hier zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Das ist gut. So, wie viel Strom produzieren wir denn eigentlich? Wie viel produzieren die beiden hier? 28, 24. Ja, perfekt. Das sind ja allein 40 Strom. Das langt ja zweimal, um die paar Lichtchen hier zu betreiben. Die dürfen sich auch nicht entladen, ne? Nee. Na gut, der Wind wird jetzt schwächer. Aber selbst das langt. Haben die das Licht heller gemacht? Sieht bald so aus, oder? Sieht irgendwie krasser aus als vorher. Aber trotzdem finde ich es blöd, dass man... Kann man da nicht den Winkel einstellen? Dass es mal ein bisschen in eine Richtung strahlt? Ich finde das doch kein Flutschein. Aber das ist eher eine ziemlich helle Straßennaterne. Aber wenn wir die dann hier so positionieren hier vorne und die Angreifer kommen, haben wir eventuell Glück. Oder wir müssen... Wir können natürlich hier unsere Verteidigung schon mal aufbauen hier vorne, ne? Wir könnten jetzt hier dieses provisorische Abwehrsystem könnten wir bauen. Wir haben 805 Stein. Und sollten auch noch ein bisschen mehr abbauen. Dann machen wir uns so eine kleine Steinmauer dahin. Okay, die Steine im Wasser werden nicht abgebaut oder wurden einfach noch nicht abgebaut. Haben wir hier irgendwo noch Stein? Ne. Ah, die. Hier ist überall noch Stein um die Felsen rum. Das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich liegt hier im hinteren Bereich auch noch Stein. Aber das ist natürlich wieder ein gutes Stück entfernt. Wie sieht es hier vorne aus? Ah, da ist noch Stein, siehst du? Sehr gut. Ja, cool. Lagerplatz ist auch noch. Eis wird fleißig eingeschmolzen. Müssen wir vielleicht mal pausieren ab einem gewissen Stück, wenn wir kein Blech mehr haben. 10 Elektronik geborgen. Das will ich doch lesen. Dann machen wir noch... Dann machen wir noch... Warte mal, haben wir schon verbesserte Solarpanel? Nee. Wir haben nur Sonnenkollektoren. Ja. Hm. Okay, wie viel Sprit haben wir noch, dass wir vielleicht sogar nochmal eine Expedition starten? 104. Eine geht noch. Oder warten wir auf die nächste... Höhe körperliche Arbeit. Höhe körperliche Fähigkeit. Ist Rita jetzt nicht eigentlich... Die ist physisch nur bei 1? Wir können natürlich einmal Ken los schicken, ne? Hoppala. Dann wird zwar nichts entdeckt, aber... Das mache ich jetzt auch mal. Ich schicke mal Ken los. Und dann bauen wir uns hier vorne... Hier bauen wir uns so eine kleine Mini-Verteidigung auf. Mal gucken, was bei rumkommt. Wo ist denn Ken eigentlich? Ach, der ist schon losgeflogen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Achso, ich wollte Solarpanel bauen, siehste. Strom. Da. Machen wir hier so ein bisschen Abstand, damit sie die... auch reparieren können. Hier lassen wir ein bisschen Abstand. So, ja. Und wir machen mal 1... 2. Ah, da haben wir die Erze entdeckt, die auch hier abgestürzt sind. Das ist gut. Dann können wir die nämlich auch abbauen. Dann kriegen wir hier nochmal Eisen raus. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eine zusätzliche Batterie direkt bauen. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Da ist die Expedition abgeschlossen. Das machen wir auch. Die setzen wir jetzt hier so hin. Ich habe so viel Metallschrott geplündert, wie ich konnte und einen großen Behälter mit flüssigem Brennstoff gefunden. Dann ist es ein Wunder, dass er beim Abschluss nicht explodiert ist. Was, nur Mittel? Der ist mit 6, ist er Mittel? Na gut, klar. Wenn man jetzt von 10 ausgeht, ja. Voll in einer Stunde. Oh, da kommen neue Tiere an. Dann hoffe ich mal, da sind sie schon. Dass Ken gleich zurückkommt. Oder wir müssen selber angreifen. Gut, Licht hätten wir. Wir könnten mit mit Sora vorgehen und hier sie praktisch reinkalten ins Licht. Aber Emi hätte ich ganz gerne Ken dabei. Weil wenn die uns angreifen, das könnte schief gehen. Jetzt greifen sie an. Scheiße, ich muss. Okay, das machen wir noch in der Folge, oder? Oder lassen wir es als Cliffhanger für die nächste. Nein, so fies bin ich nicht. Ich würde sie hier gerade stehen lassen. So wie sie in der Reihe waren. Und gucken, dass wir die Einzelnen rausfischen. Na, schießt du? Oh, okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 100% Strommast zerstört, das ist nicht so schlimm Notfall Rita Welchen haben wir denn noch? Erstmal auf einen Erkältung, ja Erkältung, wir haben ganz andere Probleme Okay, rettet mal Wir haben zwei Verletzte Ja, da kommst du Ken Die Mädels haben uns hier schon von ganz alleine gemacht Okay, wir müssen die Verteidigung aufbauen, das wird sonst nichts Das kann nur schief gehen So, jetzt gucken wir mal, dass die hier überleben Die müssen Medizin hier auch reinbringen No Oh krass Okay, alle klar Okay, nächste Folge Verteidigung Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder Infektion, schlecht behandelt Lara hat's fast gerissen Ja, okay Das war eine knappe Nummer Mit meinem Das müssen wir auf jeden Fall besser machen Okay, Wärmepumpen sind erforscht Das machen wir auf jeden Fall Dass wir hier drin dann die Klimaanlagen montieren Beim nächsten Mal Ich meine, Stromtechnisch sind wir jetzt dabei Äh, die Dinger sind gut geladen Das heißt, wir werden dann, ähm In der nächsten Folge mit Licht und Wärme Was kosten die uns denn? Eine CPU Eventuell müssen wir dann mit Lüftungsgittern arbeiten Sonst werden wir wahrscheinlich nicht Ja Wir müssen wahrscheinlich, was ich In jedem zweiten Raum eine Wärmepumpe machen Und dann mit Lüftungsgittern vielleicht die Temperatur verteilen Ja Werden wir auch machen Und wir müssen auch mal die Metalle stoppen Oh nee, nee Das ist nicht so schlimm Ja, wir machen's Also Dann Würde ich sagen Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder Und dann werden wir auf jeden Fall die Verteidigung ausbauen Also so eine Provisorische aus Stein Weil sonst ist das alles ein bisschen ungünstig Bis zum nächsten Mal Tschüss